Ah, der Boss ist ja noch nicht da. Da kann ich mir noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Ich guck mir da so ein geiles Rennen an. Alter, guckt euch mal wie die... Und jetzt piekt die dem voll, voll in die Birne. Alter, jetzt schmeißt du noch diesen Pissack da raus. Guckt euch mal das Hörnchen an. Und voll ins Gesicht. Alter, ich zieh ganz schön auf, der Kerl. Oh, alter Schwere. Was macht er denn jetzt? Jetzt setze sie noch einmal auf. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh, guck mal, der fehlt da hin. Der zieht dann auch gleich seinen Schuh aus und pulgert auf die Wispa ein. Und was macht... Was macht der Eric? Der kommt erst mal raus. Guckt euch das mal an. Die fette Beule am Kopf. Oh, scheiße. Ich glaube, der Boss kommt gleich. Wir müssen erst mal alles ausmachen. Wir sehen uns. Bis dann. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.